In der Unternehmensnachfolge gibt es verschiedene Staubersteine. Der absolut Klassiker ist zu wenig Zeit. Um die Firma attraktiv für den Verkauf zu machen, muss sie sie vorbereiten, beispielsweise in der Digitalisierung. Das braucht aber Zeit, das kann ich nicht von heute auf morgen machen. Darum empfehlen wir, fünf Jahre vor der geplanten Übergabe den Prozess zu starten. Eine grosse Herausforderung im Nachfolgeprozess sind die Emotionen. Am Anfang ist ein reiner Prozess, rational. Aber je länger der Prozess dauert, desto mehr kommen die Emotionen. Das ist aber auch verständlich. Verkäufer, Verkäuferinnen müssen sich mit ihrer Endlichkeit auseinandersetzen und der Käufer und Käuferin spüren den Druck der Verantwortung. In dieser Phase ist es Gold wert, wenn ich einen Spezialisten, einen Nachfolgespezialisten seite. Bei der BKB begleiten wir Kunden mit unserem Expertenwissen im ganzen Nachfolgeprozess oder à la carte bei Teilschritten. Beispielsweise bei Auslegenordnung oder bei Finanzierung. Wir beginnen mit einem Erstgespräch, in dem wir die Auslegenordnung machen, in dem wir die Strategie festlegen können und die nächsten Schritte bestimmen können.